Hallöchen und Fing und Willkommen zu einer neuen Runde Masterbild, dass wir müssen einen Bär bauen mit Katze. Hi Katze! Hallo, mein Name ist Katze. Hallo, dein Name ist Katze. Wir bauen jetzt einen Bären. Kannst du einen Bären bauen? Ich nicht. Geil, cool. Lasst ein Däubchen da oben da, wenn es euch gefällt, dieses Video. Und macht die Glocke an, denn sonst schicke ich euch Katze nach Hause und der kackt euch aufs Sofa. Aber sowas von. Leute, wenn ihr die Glocke aktiv habt. Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare. Ah Leute, wie geht es euch denn? Was macht ihr so? Wie ist euer Tag? Schreibt es euch in die Kommentare. Lasst ein Däubchen da oben da. Kauft mein Merch. Kauft Katze's Merch. Katze's Merch ist super, Leute. Und Early's Merch übrigens auch. Übrigens nur noch für limitierte Zeit. Allgemein jeglicher Artikel in Early's Merch. Weil der Nerdshop wird geschlossen. Generell. Ja, sowas ähnliches wollte ich gerade wirklich sagen. Weil, Leute, ich freue mich euch jetzt schon mal. Es wird demnächst. Wir werden den Shop nochmal aufräumen. Ich bin nicht zufrieden. Nicht so ganz zufrieden mit dem Design. Ich werde den Shop nochmal aufräumen. Und deswegen solltet ihr, wenn ihr wirklich was haben wollt von dem Nerd. Solltet ihr zuschlagen. Weil sehr vieles davon wird rausfliegen. Ich will mich jetzt so konzentrieren, dass am Ende nur noch vier Motive verfügbar sind. Das heißt, es sind glaube ich aktuell 15 verfügbare Motive. Wenn ihr was davon haben solltet, solltet ihr das klagen. Die kommen wieder. Die denken sich so, hey, Puhl, ne, an der haben wir gar keinen Bock mehr auf den. Und dann gehen die einfach, die haben wir so, also die Motive, die haben wir eine Kündigung geschrieben. Weil sie auch mit den Arbeitsverhältnissen nicht mehr zufrieden sind. Sag mir, wird das Holzkopfmotiv sterben? Stimmt, das Holzkopfmotiv ist ja noch da, ne? Oh, vielleicht wird es ja was Neues geben. Ich hab nur gerade keine Idee. Ich hab nur gerade keine Idee, Leute. Warum baue ich eigentlich immer so überdimensional groß? Dafür hasse ich mich eigentlich jedes Mal, ne? Ja! Bummelschwänchen! Ein kleines Bummelschwänchen! Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du eine Katze bist? Wann ist dir das los geworden? Äh, ich glaub, das erste Mal bewusst geworden ist mir das damals, als ich mich selbst umbringen wollte und vom Haus gesprungen bin und keinen Fallschaden bekommen hab. Ah. Das, äh, klar, das ist krass. Krass. Ja. Und, äh, die Tatsache, dass jedes Mal, wenn jemand versucht hat, mich zu baden, der von mir auf die Schnauze gekriegt hat, war auch noch relativ... Ja, und wie kam, wie kam deine Familie damit zurecht? Ja, zu Anfang hatten wir halt das Problem, dass wir einen Hund hatten. Ähm. Du hast du ständig mit ihm in den Haaren gehabt? Nee, 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 ich wollte ihn essen. Ach so, essen? Ich hab das dann gemerkt, so als Katze, so, boah, jetzt kann ich ja eigentlich alle anderen Tiere, die kleiner sind, als ich, fressen und... Ja, das ist, was soll man da großartig sagen, ne? Es war halt auch wirklich so, viele Viecher waren kleiner als ich. Äh, schwammisch so einfach. Ich hab keinerlei Deko bei mir übrigens, by the way. Oh, ich hab verkackt. Ich hab verkackt, das ist der heftigste Bär bis jetzt! Nein, 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 nein! Das ist doch kein Bär, das ist so, oh scheiße, das kann ich nicht sagen. Das ist ein bestimmten Hautfarben-Mensch mit Afro, der sich im Walz zum Kacken gesetzt hat, ja? Ja, das ist der auf ein... Das ist ein Bär. Top, Alter, top. My eyes are bleeding, motherfuckers, Alter. Toppa. Zopolaris, Alter. Das ist IT, Alter. Wenn das IT hätte werden sollen, dann wäre das 1 zu 1 IT geworden. Mal, Alter. Dieser Bär ist gut. Was hat der da vorne am Mund? Ohne Scheiß, warum habe ich dich in dieser Dimension gebaut? Dann wäre alles okay gewesen. Ja, aber was ist das Braune hier? Early. Ich habe dir mal eyes are bleeding gegeben und das mit Recht. Das Ding ist nicht fertig geworden. Und selbst wenn es fertig geworden wäre, ich bin Zweiter. Ich bin Sechster. Early, da hat man dir wohl einen Bären aufgebunden. Ein Schiffswrack soll es werden. Ich glaube, da kriegen wir noch hin. Ohne Katze, kriegst du es hin? Na, so wie ich es mir wünsche, kann ich es gerade auch nicht mehr bauen. Geh halt hin und mach erst das Schiff und dann mach es am Ende kaputt. Ich weiß, irgendetwas verzweifelt ist. Irgendetwas verzweifelt ist? Ja, doch. Ich bin zufriedener, als ich bin. Ich habe es mit das, was ich jetzt gerade zuletzt gemacht habe. Du bist zufriedener, als er sein sollte. Als ich es sein sollte. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das finde ich sehr nett gemacht. Das finde ich sehr nett von dir. Ja. Das hier ist kein Schiffswrack. Ja. Mein Eis am Liedigen. Ey, was ist das denn für ein Schiff? Oh, ist ja richtig. Krass bist du. Ja, boah, wie wild. Das finde ich richtig gut. Das kriegt von mir ein Amazing. Early. Ja. Das ist deins. Du hast das Wasser vergessen. Wobei, von der Idee her. Das kriegt von mir. Zu gut, oder? Nee, komm, das kriegt ein Amazing. Ich finde die Idee geil, dass er das Schiff in zwei Heften geteilt hat. Äh. Ja. Ja, doch schon. Er hat sich wahrscheinlich zu lange mit dem Wasser beschäftigt. Das ist nicht schlecht, Early. Für deine Verhältnisse. Ohne Scheiß, wenn das Feuer nicht wäre, wird das richtig scheiße aussehen. Ah, das kriegt von mir ein... Ah, doch. Doch, das kriegt von mir ein Ossen. Das mit dem Wetter dazu und der Blitz, der finde ich richtig geil geworden. Doch, das gefällt mir. Oh, ich bin Dritter. Ich bin Fünster. Oh, ich hab's noch geschafft. Aber warum ist Katze besser als ich? Ich bin immer besser als du, weil ich besser baue als du. Okay. Leute, wenn ihr einen Fall habt, macht die Glocke an bei mir und bei Katze. Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare. Ich fühle mich der Rüsen-Türfurt voll. Katze-Selie auch. Schaut bei unserem Shop vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder. Lass einen Däumchen oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Bock auf mehr Master-Bilders habt, habt vielleicht. Katze und ich ja mal irgendwann mal so ein Battle machen. Vielleicht habt ihr Ideen. Wir können ja eigentlich so ein Master-Bilders-Battle machen. Was wir denn ein bisschen öfters bringen, kriegen wir hin. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Haut darin. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei Katze dabei. Das ist unter dem Schreiben verlinkt. Bis dahin. Haut darin. Tschüss. 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 Tschüss.